Ich bin der Beste allerbesten. Mein Puff, ich hab' bezahlt, ne? Deswegen. Du! Wo hast du gedacht, meine Freundin? Willkommen zu einem neuen... ...Tschach! ...Blog Part 4. Ich hab' dir ein bisschen gestern lachen können. Ich hab' von einem guten Freund, die Freundin, Mutters, Schwester, Sohn... ...ein Geschenk vorbereitet, hab' versprochen, weil er Geburtstag gab. Ich war dazu auch zum Geburtstag. Ich hab' dich nicht gefragt, dass ich ihre Biografie sagen soll, sei mein Auge. Ich bring' jetzt den Post, bring' ihr mein Paket weg und dann fahren wir kurz zur Rede. Wie die Ostfriesen sagen, Udo und Wilke. Ein bisschen Nashi-Nashi. Danach, meine Freunde, machen wir uns heute einen wunderschönen Abend. Denn heute gibt es lecker Champions League. Heute spielt... Danke! Willst du was sagen? Hallo! Willst du jemanden grüßen? Äh, meine Mutter. Deine Mutter? Du musst eine Maske anziehen, ne? Super für mich, ne? Ja. Hast du wenigstens ein bisschen was Bösseres? Ja, mit der Instagram-Story. Brauch einer aus. Einem, einem, animo. Machak, 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 machak. Die riecht. Dann passt das geschehen. Und der ist gut. Kannst doch gerade auslaufen, Mann, Lala. Bist du los mit dir, oder was? Hey! Vollidiotu! Bist du los Joch. Achtung! Ei mei. Doe Bloggerung. Schwinn. Ich komme so nach Hause. An alle Bremer, ich bin hier gerade in Weyer. Ich war aus einem Grund hier Fußball gespielt. Jedes Mal nachdem wir ein Spiel gewonnen haben, konnten wir hier umsonst essen. Boah, damals habe ich hier auch gespielt, Ramin. Ich habe hier Trainer, Regionalliga. Noch? Wir haben B-Jugend gemacht und C-Jugend. C-Jugend, hauptsächlich B-Jugend gemacht, Regionalliga. Jetzt sind wir gerade hier. Mein Bruder Siman ist hier, Regionalliga-Mannschaft in Weyer. Ein nächster Schritt für ihn. Turan ist der Trainer. Bombentrainer, Leute. Persönlichkeit, Bombenmensch. Da werden auf jeden Fall noch einige, wie das auf euch zukommt. Fünf, drei nur noch. Fünf, drei nur noch. Man, lass uns durch. Ja, nun Siman. Siman, zwei. Man sagt einem Mann ein Wort, aber heute sagen wir einer Frau ein Wort. Ich habe gesagt, mach diese kleine Kulitsche und mach vier Stück, nein, 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 ich mach für dich schön große. Guck mal, Mama macht für euch die ganzen Tag Kekse. Also Freunde, wenn ihr die haben wollt, von ihren Händen. Alles Dankeschön, genau. Aber du hast noch echt viel Arbeit vor dir, Mama, ja. Mama sagt, nur für euch macht sie das. Also an jeden, der was bestellen sollte, vom Rahatshop, egal was, bekommt ihr noch extra Kekse dazu. Das ist noch nicht so, dass die Kekse sind frisch, das heißt, ihr seht das Video an einem Donnerstag jetzt, ne? Die sind richtig frisch auf dem Ofen rausgekommen, die werden auch am Donnerstag aus dem Ofen rauskommen. Das heißt, ihr werdet die Ware am Samstag sogar noch bekommen. Das sind die fertigen Kulitsche hier, Freunde. Ich habe jetzt eigentlich schon abgebissen. Ihr seht, wie schön weich die sind. Das ist wie Bamboo. Mama. Ich wusste schon immer, dass du ein Jamer bist, Lo. Boah, was machen wir heute? Wir sitzen hier gerade ganz chillig. Ich dachte mir, guck mal, die Champions League Paris. Ganz genüsslich hier ein bisschen Burjul. Ne? Und schmeckt? Mein Lieblings, Leute. Und dazu kommt auf Bestnatsküche auf jeden Fall ein YouTube-Video noch. Gefüllte Paprikaschoten. Ähm, da könnt ihr echt fokussiert sein drauf. Boah, der schmeckt echt wild. Wir verbringen jetzt unser Abend hier. Ich habe auf jeden Fall auch Paris getippt. Jeder, der auch so ein bisschen manchmal zwischendurch Ostzeit-Spiel schreibt in die Kommentare. Und wenn ihr nicht gewinnt, dann auch so. Tschau, den. Bitter, Paris hat verloren, Lo. Scheiß, Barteris. Wir essen einfach unsere schöne leckere Pizza hier. Auf ganz entspannt. Was hast du da bestellt? Zwei Meter. Guck mal, guck, 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 guck. Kennst du diese Soßen? So? Diese Wurzelt passt genau bei dir, Rangino-Frodi. Eins zu eins. Man sieht das. Ich habe heute nichts gekocht. Rangino hat Pizza bestellt. Guck mal. Tja, wir haben alle Kekse fertig gemacht. Sie packen nicht alles ein. Wir haben alle Kekse fertig gemacht. Sie packen nicht alles ein. Also, von den Keksen ist ein bisschen wenig Zucker drinne, weil sie daran gedacht hat, an ältere Personen, ältere Menschen, vielleicht haben die Diabetes oder sonstiges. Deswegen wollt ihr nicht zu viel Zucker reinmachen. Ihr könnt dabei einen schönen Chai auf Zucker trinken, deswegen. Einmal zeigen. Für jede Bestellung, meine Freunde, gibt es auf jeden Fall ein schönes Paket dazu. Hier sind auf jeden Fall noch welche. Ihr könnt gerne bestellen, nur bis der Vorrat hier reicht. Und dann schauen wir, was wir als nächstes für euch machen. Wir haben zwölf Uhr abends und er kommt jetzt gerade von der Arbeit. 24 Uhr. Von 14 Uhr. So, meine Freunde. Das nennt man Leben. Wird gearbeitet hier in Deutschland. Oder ganze Welt. Arbeiten. Wir machen nichts, was verletzt. Play hard. So, Freunde. Ihr seht gerade, ihr packt hier eure Typen ein. Mit Liebe und Herz. An alle, die diese Kekse hier essen werden. Die Kekse schmecken sehr lecker mit Kaffee oder einem schönen Chai. Und Mama hat gerade gesagt, an alle, die bestellen. Ich küsse eure Herzen auf Deutsch übersetzt. Und ich hoffe, ihr konntet euch etwas Gutes tun. Falls ihr Lust habt auf mehrere Arten von solchen Dingen, die wir gerade machen, schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes zum Beispiel haben möchtet oder geschickt haben möchtet. Es gibt ja so viele verschiedene Arten und Sorten, die sie machen kann. Sei selbstgemachte Käse. Schreibt in die Kommentare, was wollt ihr haben? Wollt ihr schön Käse haben? Genau. Bestellt ihr euch Rahat, kriegt ihr extra sowas dazu. Bei Express. Beispцы. Beep. Beep. Bye.